Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin Sarah und zusammen schauen wir uns heute das Thema der europäischen Friedensordnung nach den napoleonischen Kriegen an. Viel Spaß beim Video. Das Metternich-System, benannt nach dem österreichischen Staatsmann Fürst Clemens von Metternich, war eine dominierende politische Strategie im Europa des frühen 19. Jahrhunderts. Metternich, der als Außenminister und später als Staatskanzler Österreichs fungierte, war maßgeblich daran beteiligt, die Nachkriegsordnung nach den napoleonischen Kriegen zu gestalten. Sein System basierte auf den Prinzipien der Restauration, des Legitimitätsprinzips und der Repression gegen revolutionäre und liberale Bewegungen. Diese Strategie hatte zum Ziel, die monarchische Ordnung zu bewahren und die politische Stabilität in Europa zu sichern. Metternich betrachtete die französische Revolution und die darauf folgenden napoleonischen Kriege als die Hauptursachen für die politischen und sozialen Unruhen in Europa. Um solche Umwälzungen in der Zukunft zu verhindern, setzte er auf eine Rückkehr zu den vorrevolutionären Verhältnissen. Das Legitimitätsprinzip spielte hierbei eine zentrale Rolle. Es bedeutete die Wiederherstellung der alten Herrscherhäuser und Monarchien, die durch die Revolution und Napoleon gestürzt worden waren. Diese Legitimität der Monarchien sollte die Grundlage für die politische Ordnung und Stabilität in Europa bilden. Eine weitere Säule des Metternich-Systems war die Repression gegen revolutionäre und liberale Bewegungen. Metternich sah in diesen Bewegungen eine ständige Bedrohung für die bestehende Ordnung. Er nutzte eine Vielzahl von Maßnahmen, um diese Bedrohung zu bekämpfen, darunter strenge Zensur, Überwachung und die Unterdrückung politischer Aktivitäten. Die Karlsbader Beschlüsse von 1820, die eine weitreichende Zensur der Presse und die Überwachung von Universitäten und politischen Vereinen einführten, sind ein prominentes Beispiel für diese repressive Politik. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, jede Form von Opposition im Keim zu ersticken und die Macht der Monarchien zu festigen. Das Metternich-System setzte auch stark auf die Diplomatie und das Gleichgewicht der Mächte, um die europäische Ordnung zu sichern. Metternich war ein geschickter Diplomat, der ein Netzwerk von Allianzen und Kongressen aufbaute, um die Zusammenarbeit der europäischen Mächte zu fördern und Konflikte zu verhindern. Diese Kongresse, die regelmäßig abgehalten wurden, boten eine Plattform für die Diskussion und Lösung internationaler Probleme. Der Wiener Kongress von 1814 bis 1815 war der Ausgangspunkt dieses Systems, dem weitere Konferenzen wie der Aachener Kongress 1818 und der Veroneser Kongress 1820 folgten. Diese Treffen halfen, das Machtgleichgewicht in Europa zu bewahren und die Zusammenarbeit zwischen den Großmächten zu stärken. Trotz seiner Bemühungen und anfänglichen Erfolge stieß das Metternich-System auf erhebliche Herausforderungen und Widerstände. Die nationalen und liberalen Bewegungen, die Metternich zu unterdrücken versuchte, gewannen im Laufe der Zeit an Stärke. Die Ideen von Freiheit, Demokratie und nationaler Einheit ließen sich nicht dauerhaft unterdrücken. In vielen Teilen Europas kam es zu Aufständen und revolutionären Bewegungen, die die Stabilität der alten Ordnung bedrohten. Die Juli-Revolution von 1830 in Frankreich, die zur Abdankung von König Karl Isxit führte, und der polnische Aufstand von 1830 bis 1831 sind Beispiele für diese Herausforderungen. Die Revolutionen von 1848 stellten einen entscheidenden Wendepunkt dar und zeigten die Grenzen des Metternich-Systems auf. In vielen europäischen Ländern brachen revolutionäre Bewegungen aus, die tiefgreifende politische und soziale Veränderungen forderten. In Deutschland forderten die Revolutionäre eine nationale Einheit und die Einführung konstitutioneller Monarchien. In Italien kämpften die Patrioten für die nationale Einigung und die Befreiung von der Fremdherrschaft. Diese revolutionären Bewegungen führten zu erheblichen Umbrüchen und zwangen die europäischen Mächte, ihre Politik neu zu überdenken. Das Scheitern des Metternich-Systems nach den Revolutionen von 1848 zeigte, dass die Repression allein nicht ausreichte, um die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen aufzuhalten. Die Industrialisierung und die sozialen Umwälzungen, die sie mit sich brachte, veränderten die politische Landschaft Europas grundlegend. Die wachsende Mittelschicht und die Arbeiterbewegungen forderten mehr politische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Diese Entwicklungen machten eine Reform der politischen Systeme unumgänglich. Obwohl das Metternich-System letztlich scheiterte, hinterließ es ein bedeutendes Erbe. Es legte die Grundlage für viele diplomatische Praktiken und Prinzipien, die auch in der modernen internationalen Politik eine Rolle spielen. Die Idee des Gleichgewichts der Mächte und die Bedeutung von Diplomatie und internationalen Kongressen zur Konfliktlösung sind Beispiele dafür. Zudem zeigte das Metternich-System die Herausforderungen und Grenzen der Repression und die Notwendigkeit, gesellschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen und darauf einzugehen. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20 Prozent mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Nach den napoleonischen Kriegen wurde in Europa eine umfassende Restauration der Monarchien angestrebt. Der Wiener Kongress von 1814 bis 1815 war maßgeblich an dieser Neuordnung beteiligt, indem er die politischen Verhältnisse auf den Kontinent zurückzuführen versuchte, die vor der Französischen Revolution bestanden hatten. Das Ziel war es, die alte Ordnung wiederherzustellen und die monarchischen Herrschaftsstrukturen zu stabilisieren. Ein zentraler Aspekt dieser Restauration war die Wiederherstellung der alten Dynastien, die während der Revolution und der Herrschaft Napoleons gestürzt worden waren. In Frankreich wurden die Bourbonen unter Ludwig X. Zehnt wieder auf den Thron gesetzt. Diese Rückkehr zur Monarchie sollte die revolutionären Errungenschaften rückgängig machen und die traditionelle politische Ordnung wiederherstellen. Auch in Spanien kehrte Ferdinand Septener auf den Thron zurück und widerrief die während seiner Abwesenheit eingeführten liberalen Reformen. Diese Rückkehr zu den alten Herrschern war ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse in Europa. Die Restauration bedeutete jedoch nicht nur die Wiederherstellung der alten Dynastien, sondern auch eine Rückkehr zu den politischen Systemen und Strukturen, die vor der Revolution bestanden hatten. In vielen Ländern wurden die während der napoleonischen Zeit eingeführten Reformen aufgehoben und die Macht der Monarchen gestärkt. Absolutistische Herrschaftsformen wurden wieder eingeführt und die politischen Rechte der Bürger wurden eingeschränkt. In vielen Fällen bedeutete dies die Abschaffung liberaler Verfassungen und die Rückkehr zu einem System, in dem der König uneingeschränkte Macht ausübte. Dieser Rückschritt in die politische Vergangenheit stieß jedoch auf erheblichen Widerstand. Viele Menschen, die während der napoleonischen Zeit politische Rechte und Freiheiten erlangt hatten, wollten diese Errungenschaften nicht kampflos aufgeben. In Frankreich führte dies zur Julirevolution von 1830, die zur Abdankung von König Karl Sixtens und zur Errichtung der Julimonarchie unter Louis Philipp führte. Diese Revolution war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Rückkehr zu den alten monarchischen Strukturen nicht ohne Widerstand erfolgen würde. Die Restauration der Monarchien hatte auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die wirtschaftlichen Reformen und Modernisierungen, die während der napoleonischen Zeit eingeführt worden waren, wurden in vielen Fällen rückgängig gemacht. Dies bedeutete eine Rückkehr zu den alten Handelsprivilegien und Zunftordnungen, die die wirtschaftliche Entwicklung behinderten. Die konservativen Regierungen förderten die traditionellen Wirtschaftsstrukturen und unterdrückten die aufkommende industrielle Entwicklung. Dies führte zu wirtschaftlichen Spannungen und trug zur sozialen Unzufriedenheit bei. Die konservativen Monarchien arbeiteten eng zusammen, um ihre Herrschaft zu sichern und revolutionäre Bewegungen zu unterdrücken. Die Heilige Allianz, bestehend aus Russland, Österreich und Preußen, war ein wichtiges Instrument dieser Zusammenarbeit. Diese Mächte verpflichteten sich, sich gegenseitig bei der Unterdrückung revolutionärer und liberaler Bewegungen zu unterstützen und die monarchische Ordnung in Europa aufrechtzuerhalten. Diese Allianz spielte eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung von Aufständen und der Bekämpfung von nationalistischen und liberalen Bewegungen in Europa. Trotz dieser repressiven Maßnahmen gelang es den revolutionären und liberalen Bewegungen im Laufe der Zeit an Einfluss zu gewinnen. Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die während der napoleonischen Zeit begonnen hatten, ließen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Die Ideen von Freiheit, Demokratie und nationaler Einheit verbreiteten sich weiter und führten zu einer wachsenden Unzufriedenheit mit den bestehenden Herrschaftsstrukturen. Die wachsende Industrialisierung und die damit verbundenen sozialen Veränderungen verstärkten diese Unzufriedenheit und trugen zur Entstehung neuer politischer Bewegungen bei. Die Revolutionen von 1848 stellten einen entscheidenden Wendepunkt dar. In vielen europäischen Ländern brachen revolutionäre Bewegungen aus, die tiefgreifende politische und soziale Veränderungen forderten. Diese Revolutionen führten in einigen Ländern zu bedeutenden politischen Reformen und Veränderungen. In Frankreich wurde die Julimonarchie gestürzt und die Zweite Republik ausgerufen. In Deutschland und Italien führten die Revolutionen zu einer Intensivierung der nationalen Einigungsbestrebungen, die in den kommenden Jahrzehnten zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs und des Königreichs Italien führten. Obwohl die Restauration der Monarchien nach den napoleonischen Kriegen eine Periode der politischen Reaktion und der Unterdrückung markierte, legte sie auch die Grundlage für die späteren politischen Entwicklungen in Europa, die Rückkehr zu den alten Herrschaftsstrukturen und die damit verbundene Repression führten zu einem wachsenden Widerstand und trugen zur Entstehung neuer politischer Bewegungen bei. Diese Bewegungen forderten politische Reformen, nationale Einheit und soziale Gerechtigkeit und spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der modernen politischen Landschaft Europas. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20 Prozent erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.